Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Es gibt wieder einen neuen Skin und zwar die weibliche Variante im Prinzip vom Besucher bzw. von beiden Besuchern, also zum einen vom neuen Besucher und aber auch vom alten, also dem neuen Besucher in der weißen Variante, der ist ja in der normalen Variante schwarz und dann immer halt auch die blauen Elemente des alten Besuchers. Also da so eine Mischung, einmal eben halt dem 1, der im Prinzip vom alten Besucher gehört, auch zu D7, also aus dem D7 Set, wo zwar eben halt auch beide anderen Besucher gehören, das heißt wahrscheinlich ist das der dritte von sieben bekannten Besuchern bzw. vielleicht sind es auch damit dann im Prinzip zwei in den verschiedenen, wobei, what the fuck, ich wusste gar nicht, dass es so viele, ach so wahrscheinlich, ja genau, wegen den verschiedenen Zeichen, die aufgezeigt werden. Man sieht ja dort auf der, auf dem Gesicht im Prinzip die ganz verschiedenen, ja Symbole, die das zeigt und dann gibt es das ja eben halt in weiß-schwarz und in blau. Ist ein alter Skin für 1000er als V-Bucks, vor allen Dingen also als grüner Skin mit vielen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, auf jeden Fall lohnt sich das. Dann haben wir den Magnus-Skin wieder drin, der war auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr im Shop. Ist ein ganz neißer Skin eigentlich, schön im Wikinger-Stil, fällt mir auf jeden Fall dazu die Ahnenschlag-Spitzlacke, die auch ganz cool aussieht. Dann haben wir wieder den Pizza-Pit mal wieder. Achso, ich dachte gerade schon, warum gibt es keine Ahnung, das Ziel aber stimmt, man muss die ja freischalten, er ist die Herausforderung, also den zweiten hier, wo der auch eine Krone hat. Ich kann euch den auch mal ganz kurz zeigen, wo ist der dort, genau diese Variante gibt es da ja auch noch. Das Backpack ist glaube ich nicht in der zweiten Variante erhaltbar, sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus, der Skin, lohnt sich auf jeden Fall den zu kaufen. Dann die Axte Rune noch, ich finde die sieht eigentlich ganz cool aus, bis auf diese gelben Flecken, ich finde die verunstalten die Spitzhacke so ein bisschen. Da sieht der Nachtroller deutlich besser aus, den hätte ich euch auch empfohlen, wenn ihr dazu eine passende Spitzhacke haben wollt. Da noch der extra Käsegleiter, den finde ich nicht so gut, weil der irgendwie ziemlich ekelhaft aussieht, dementsprechend würde ich auf jeden Fall hier Tomato Head und Nachtroller kaufen, aber nicht die beiden anderen Items. Dann haben wir Rio Grande wieder, mit zwei verschiedenen Stilen, einmal mit und ohne Kopfbedeckung, hinten auch noch ein ganz nice Backpack mit Patronen dran. Dann gibt es noch Pizza Party, die passen auch zum Pizza Pit. Und gleich kommt wieder der ASMR Part, so richtig schöne Schmatzen, mich triggert das wirklich richtig, richtig übertrieben. Ich kann mir auch einfach kein ASMR anhören, weil ich so Schmatzgeräusche komplett hasse. Dann haben wir Willkommen, hier ist also Willkommen oder I love den Besucher. Dann hier auch noch Verschwindende Besucher. Das deutet natürlich schon alles auf das Live-Event, darauf hin, dass vielleicht einige wollen, dass der nächste Besucher kommt oder so. Oder wahrscheinlich, dass damals der gekommen ist, weil der ja sicherlich vorher war. Weil ich glaube, der Wissenschaftler spielt jetzt die entscheidende Rolle. Auf jeden Fall haben wir dann auch noch gelobt, sei die Tomate. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Vor allem, man müsste dazu eigentlich den Tomato-Herd mal anhaben. Dann passt es noch tausendmal besser. So. Ist auf jeden Fall ein witziger Emote. Und ja, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Und als letztes gibt es noch ein schwarzer. Ist auch ein ganz niceer Skin. Habe ich mir auch gekauft. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich will nicht immer wieder. Es trifft auf jeden Fall meinen persönlichen Geschmack. Das war es mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.